Äh, ich spiel hier gerade. Äh. Pew, 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 pew. So, erst mal einen Rauchen. Ja. Auch einen Rauchen. Oder? Bitteschön. Dankeschön. Sehr depressiv. Mary! Das Feuerzeug wieder haben? Äh, behalst du ruhig erst mal. Okay. Hier waren wir ja fertig, gell? Oh, ist das laut. Äh, ja. Ist der Nebel weg? Ey, der Nebel ist weg. Wo war denn das Auto? Ja, komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Oh, die haben wir tot gemacht. Meinst du, ist ja nacht. Ja. Pharmazie waren wir ja auch. Ja. Wollen wir hier oben können, was auch immer das ist? Wo ist denn unser Auto? Oh, hier ist ne Bar. Oh, hier ist ne Bar. Okay. Oh, ja. Chips, alles. Feuerzeug, jetzt hab ich auch eins. Spielkarten. Zigaretten. Ich will das alles mitnehmen. Rotwein. Nochmal Korten. Warum kann man nicht Korten spielen, ha? Zu zweit. Weiß ich nicht. Ich hab nochmal zwei Feuerzeuge. Bourbon. Und Zigaretten. Oh, zwei Zigaretten. Wow. Damit komm ich ja weit. Ich hab ja noch welche. Alles gut. Bourbon. Ist ja wie Desi. Kannst du das nehmen? Mhm. Ey, so wie es hier aussieht, gell? Findest du ja bestimmt ne Maus. Oder? Hätt dir gar nicht zugehört. Oh, Speck. Ey, den müssen wir uns machen. Hier, Schatz. Feuerlöcher. Ja, die nicht funktionieren. Nö. Gute Maus. Mit denen man nix machen kann. Oh, frische, ungekochte Wurst. Wurst. Pflanzenöl. Willst du ne Flasche Pflanzenöl? Na klar. Schön süffeln. Schön fettig. Hm. Ah, hier ist nix. Ist nix. Hm. Fahren wir nach Louisville, ne? Das minsten. Ja. Ja. Das minst du die Orange mal angucken. Ja, ja. Hier ist ein Schlachtflug. Schlachtflug. Also ist da unser Auto. Ja. Okay. Ja, es ist. Haha. Was ist denn die drüben noch? Hier so umgekehrt. Die sind verprest. Ich bin neugierig. Oh. Ist denn? Ist denn? Ich denke ich raus. Ist mir leid. Aber neugierig. Aber ich bin dunkel. Mal licht ab. Go back. Oh, ihr schaust welche. Oh, ich nicht. Draußen, ne? Vielleicht. Ich guck mal. Nee, oben. Geht's hier irgendwie hoch. Stimmt. Ja, wir gucken dann gleich mal. Lass mal hier alles mitnehmen. Zigaretten. Jawohl. Hallo, ich will in den Schrank gucken. Oh, Schmelzkäse. Den esse ich. Den schön zerlaufenen. Weingläser. Ja, Bärenschatz. Kannst du haben. Lass sie dir im Kühlschrank. Ja, danke. Danke. Ich koch uns mal die Wurst. Machen wir. Hier eine Wurst. Dann machen wir eine Ratte. Da vorne mischt es gut. Ich mach Wurst. Wurst mit Ratte und Maus. Gell? Ja, Ratte und Maus kannst du essen. Nee, ja. Einer nimmt die Ratte, einer die Maus. Äh, nee. Guck, gluck, gluck. Guck mal, die Maus ist kleiner. Willst du die? Ich trinke das jetzt. Was ist das? Wenn ich so eine Maus esse, muss ich das danach trinken. Gleich mit dem. Schön, wie das duftet. Schön. Ach so, das will ich jetzt probieren. Das habe ich nämlich vorhin in der Singleplayer-Aufnahme probiert. Wenn du die gekocht hast und dann noch mit einem Messer bearbeitest, dass das dann nicht so unglücklich macht. Jetzt gucke ich nach. Ja, da macht das nämlich 30. Und irgendwie stand dann da Kleintiernahrung. Also, der Kleintier gebraten ist, weiß ich nicht, oder? Rausschalten. Ich probiere das gleich mal. Machen wir. Das macht weiter. Ah, da brauch ich ein Messer, ne? Ich habe kein Messer. Äh, ja. Geiße. Hast du ein Messer? Willst du das mal probieren nochmal? Feuerlöscher, der nicht geht. Oh je. Da isst ich die Wurst. Ja? Da isst du dann das andere. Wurst. Schinkenwurst. Und Erdbeerkäse. Es gibt schon Leute. Na komm. Was sind das für eine Wurst? Die haben gestern schon so ewig gebraucht. Jetzt. Ne, wie war das? Hä? Noch eine Wurst? Ja. Ich hatte auch noch eine gefunden. Ne, gut. Ich gucke schon mal weiter. Jetzt bist du draußen. Ach, hier müssen wir rüberfahren. Oh, ich seh nichts. Ja. Na, dann geh wieder rein. Hilfe. Hier ist ein Müllsack für dich. Was soll ich denn jetzt mit einem Müllsack? Na, schnuppern oder kuscheln. Ich gucke weiter. Ich finde schon was. Ja, warte. Eine Blechdose leer. Kann man schön sich die Zunge aufschneiden. Ja, gib mal her. Mach es mal. Oder hier. Leere Flasche. Glas isst. Ja. Wenn die Käfer schon im Bauch rippeln. Ja. Da muss man Glas isst. Ja, da muss man Glas isst. Das hilft. Ja, da nutzt es nicht mehr. Was? Oh, hier oben sind sie. Jetzt, jetzt mach ich hier. Zugriff. Oh, ja, kommen viele. Hallo, Gerda. Ich spiele auf meiner Gitarre. Ein wunderschönes Lied. Und das sieht heißt, ich zerhau dir dein Gesicht. Du blöde, murkige Mutti. Gib mir dein Silber. Hilfe. Hilfe. Ich habe noch eine ungekochte Maus. Oder Ratte. Oh, Mann. Da wirst du immer wieder böse sein, weil die roh ist und nicht gekocht. Oh, Mann. Ich werde mich besser nissen. Da sind ein paar viele. Guck mal, guck mal. Ich weiß, hier vorne. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ein wunderschönes Lied aus Gerstwald! Ich reiß da den Nasenstecker aus. Oh, ih, da klebt noch ein Böbel dran. Da kommt noch ein Zombie. Verbesserte Schuhe gefunden. Ähm, was sind denn die alten Schuhe jetzt? Weg, weg. Antidepressiva, soll ich mal eine nehmen? Oh, jetzt blute ich wieder aus. Ich hab doch ein Brotmesser. Ich will die Maus mal... Ungekocht? Wo ist denn meine gekochte Maus? Ja, gekocht. Hä, ich konnte die doch irgendwie schneiden. Wirst du die schneiden? Hm. Jackpot? Ist das eine Mall? Hab ich doch auch grad schon gesagt. Hab ich nicht gehört, weil der Wind immer so laut ist. Kleber, Taschenlampe! Ich hab auch schon eine. Ähm... Nehmen. Klebestreif. Ruhklammern, oder? Wofür sind die? Ich weiß es nicht. Erklemmen wir das mal. Wofür ist die? Ich weiß es nicht. Du musst das wissen. Ich kann ja wieder... Wofür sind die? Teddybär! Mitnehmen! Mitnehmen! Noch ein Teddybär! Mitnehmen! Zauberwürfel! Teddybär! Oh, mein Leben hat einen Sinn. Jetzt überlebe ich die ganze Aus-Hobby-Apokalypse. Für immer. Ich kann es nicht anklicken. Spielbausteine will ich haben. Guck mal, Bucky. Ich kann es nicht anklicken. Oh nein. Irgendwas haut das nicht an. Das ist die Mott. Die haben ja Mist gemacht. Teddybär. Ob man hier einen Schnabi findet? Nein. Ich will so einen Schnabi... Ich will so einen Schnabi... Was cooles hat das Schwinnig. Ja, aber Schnabi! Puppe! Oh, nö. Nö. Graue Lampe? Will ich nicht. Elektro-Schrott. Wir bereiten uns vor... Stehltopf. Wir können das infizieren. Oder hatten wir das schon? Ich weiß es nicht. Nein, hatten wir noch nicht. Würfel und Zauberwürfel. Klipflops, willst du die haben? Nein. Gut. Ich will doch schon ein bisschen... Oh, hier! Frische, ungekochte, tote Maus! Ich wusste gar nicht, dass das in dem Spiel gibt. Aber die müssen wir probieren, oder? Machen wir mal. Komm. Ich nehme sie mal mit. Lass dir schmecken. Und wir probieren das mal. Lagerraum. Seil. Eine Batterie. Klebeband. Schaufel. Bleibohr. Ei, Waffen haben wir jetzt genug. Wir können alle Zombies... Alle Zombies auf dieser Map töten. Das weiß sogar Jesus. Ein Beil. Ich nehme hier alles mit. Außer eine Handkarte. Die nehme ich nicht mit. Lebeschreifen. Oh. Hier ist alles zum Reparieren. Ein Funkgerät. Batterie raus. Ich muss nicht boxen. Dichtshutter? Hä? Kein Dichtshutter? Ja, warum? Marshmallows! Was? Warum? Ja. Warum nicht? Ja, aber warum? Die Frage. Warum nicht? Oh, hier. Lecker. Eine Schachtel mit Nägeln. Mmh. Yummy. Ich sehe draußen überhaupt nichts. Ich muss die Taschenlampe jetzt nehmen. Wo ist denn der Mutti? Ja. Ja. Sekundär. Und primär nehme ich... Irgendeine Einhandwaffe. Und zwar... Und zwar... Ein Pfirsich als Einhandwaffe. Ich habe ge... Hä? Wo ist meine... Ich habe ge... Das ist gleich kaputt fallen lassen. Wie mehr? So. 3, 3, 4, 5, 6, 7. Ey, die ist jetzt helllaut, die Lampe. Wo bist du denn Schatz? Hier oben. Schatz. Ops. Ach, wo hinten da oben sind noch 6 Stück. Ok. Ich klapp euch. Ich klapp euch. Ich klapp euch. Halt gibt's. Schöne Kotelett. Oh. Ich will nach Louisville. Ich will, ich will, ich will, ich will. Ich wollte mir das hier bis mal angucken, Mensch. Ja, Mann. Nein, nichts, ey. Ich will, ich will. Ich muss nicht immer so heiß krank sein. Noob, noob. Noob, noob. Ich will den Spielzeugladen. Boah, ich auch. Wir wollen gar nicht nach Louisville. Schau, was der Beeper. Beepersteine. Spielzeugauto. Spielzeugauto, Würfel. Schau, schau auf, Spielzeugauto. Ja, da. Nein. Gib mir das Spielzeugauto Hilfe. Das ist mein Laden. Du musst hier raus. Oh ja. Ist wieder so ein Spielbox. Teddybär. Teddybär. Wachsmalstifte. Ich will es alles haben. Jo, jo. Hab ich schon lange. Haha. Zauberwürfel. Hey, Mary, alles wegnehmen. Würfel. Da war ich schon. Das, was ich will, hab ich schon. Ich nehm alles mit. Ist mir egal. Ich brauch ja mehrere Spielbausteine. Mit drei Spielbausteinen kann ich ja nichts bauen. Verstehst du? So. Und außerdem, wenn ich vor Wut was kaputt mach von dem Spielzeug, dann hab ich noch Ersatz. Wisst du? Aber ich hab Fuchs. Ich bin sonst. Äh, äh, äh. Ich bin sonst. Komm, mach raus. Mach raus. Komm, komm, mach, mach. Halswunde. Oh, 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 oh. Ich mach dir halt gerne alles nach. Ja, sicherlich schon. Das war's, ne? Wir müssen jetzt mal in so ein Gebäude und die, äh, die sterilen bitte herstellen. Das nützt nix. Dann machen wir hier weiter. Tja, Problem ist nur, wir sehen ja hier nix. Ja. Ja, wird's doch ohne Cafeteria geben. Ja, äh, hier, der Eisland. Runter, 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 runter. Hm? In dem Eislad ist auf jeden Fall ein U. Hier. War, glaube ich, einer. Ja. Oder auch nicht? Nein. Nein, doch nicht. Untrenn? Aha. Ja, da war einer. Genau. Ah, ihr habt kein Waschbecken. Wollt ihr mich verarschen? Höh, höh. Da muss ich ja hin. Höh. Wieso ist das kein Waschbecken? Was ist hier hin? Wer fülle? Stiehl-Tapf. Komisch. Das gesuche dann, ne? Ich hab die Mord halt, wie gesagt. Zum 10. Mai sag ich das jetzt nicht gefunden. Ich hab, ich hab das nicht drin. Sag mal, tut das jetzt hier rein, du Blödmann. So, jetzt. Alle. Das dauert jetzt natürlich einen Moment. Stopp, was weiß ich denn eigentlich? Zu wenige. Ich hab fast 200. Wie viel hab ich schon wieder? Das will noch 200. Ja, wir haben genug Eindruck. Du brauchst die auch. Ja, du auch. Nein. Doch. Nein, nein. Du brauchst die. Nein, nein. So. Warte, ich will die anderen auch noch machen. Ja, ja. Jetzt verblute ich. Das war's. Betreib's nicht. Ich bin auch nicht verblutet. Pitch. Das geht auch nicht gut. Doch. Doch, doch, doch. Das ist doch scheiße. Okay, mit einem vollen Topf Wasser kriegst du 20 sterile Stofffetzen. Jetzt ruchst du mal eine, mein Guter. Dass du mal runterkommst. Wenn ich sie mal finde. Wenn. Wir wühlen mal in unserem Rucksack rum. Oder in unseren Taschen, die unendlich sind. So, jetzt ist es schön. Einrauchen. Kann man mit dem nicht spielen, mit dem Zauberwürfel. Nein. Nein. Wie viele Sterile hab ich denn jetzt? 25. Ich muss erst mal rechnen. Ich muss erst mal rechnen. Aber ja, eine Rauchen. Eine Rauchen. Oh, ein Dittybär. Oh, ein Dittybär. Habe ich ganz viele Dittybärs. Ich habe gar keinen mehr, danke. Du hast sie doch alle weggebladen. Ja, ich wollte es dir noch mal hübsch machen, kurz. Da klaut die das gleich. Das ist einfach schön. Hast du da vier Stück? Oh, hier. Hast du da vier Teddybärs? Mir reicht eigentlich der Mary. Aber ich nehme auch jetzt erst mal einen Teddybär. Das kommt mir gerade, weil du keine Teddybärs mehr hattest. Einer reicht mir. Den Rest übernimmt, mein Schatz. Ich hoffe, du hast den anderen drei jetzt auch mitgenommen. Ja. Hier ist doch nichts. Es wäre zu geil gewesen, wenn wir jetzt hier ein E-Zeug gefunden hätten. Hier war so eine kleine Krankenstation. Oder das ist ein Krankenhaus. Nee. Das ist so ein... Winsbums. Schon wieder schmutziger Bandage. Oh Gott, das wird doch scheiße. Das heilt doch nie ab. Zähl ich mir der Zeit ein. Zähl ich mir alle zwei Sekunden durch. Oh, ich bin über die Stühle gefallen. Aua. Ich bin so sehr lang. Nee. Bitte. Schnabi. Ja. Oh, ich sehe nichts. Na gut, mit meinem Licht geht es schon. Also ich habe jetzt drei Flaschen mit Wasser auch einstecken, gell? Ich habe vier oder fünf einstecken. Richtig gut. Wollen wir doch mal unterwegs bist, ne? Zum Gebäude, wie der hat, wo angeblich nichts ist. Fünf Wasserflaschen. Sehr gut. Dann habe ich irgendwo noch Brause und Bier. Ja, hier Brause, Bier, Bierdose. Ich glaube, Trinkenhammer. Das ist schön. Aufheizen. Oh, ich habe auch noch eine Brille. Meine. Meine. Äh. Äh. Äh? Könnte ich doch gerade was anklicken. Hallo? Keiner da. Teilplatte. Ich höre hier schon wieder welche. Oh, oh, oh. Hallo? Hallo? Ich sehe dich, Hans Werner. Komm her. Du Fridolin. Weißt du, was ich gefunden habe? Nein, nein. 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 Oh Gott. Zombie. Zombie. Oh Gott, hier sind viele vor meiner Tür. Ich glaube, ich bin genau in dem Bad nebenan. Ja, da bin ich. Ja, aber Hilfe. Nein. Ich weiß nicht. Oh. Oh. Nee, weiß mich nicht. Ich bin nicht. Oh Gott. Kann du ein Paddel? Ich zeige, das gibt's ja bestimmt auch als Waffen nehmen. Macht aber nicht viel Schaden, oder? So ein Paddel ist doch leicht. Naja, fast halb von der Böse. Naja, nix anderes hast du besser als nix? BAYSY! Football-Helm, Schatz. Der macht 100% Kopf. So, ich mach den Arsch hier mal weg. Ja. Du blöde, alter. Noch ein BAYSY. Oh. Warum? Warum war's noch ein BAYSY? Warum war's noch ein BAYSY? Warum war's noch ein BAYSY? Häh! Halt doch raus! Häh! Häh! Wo denn? Hier! Häh! Häh! Vermeisterkoch. Hm. Oh, frischer Hamburger. Oh, lecker! Oh! Das ist aber hoffentlich keiner von McDonalds. Frisch angekocht Schweinekotelett. Ah, find ich nicht. Dann fahren wir aber nach Louisville, ja? Oder? Hm? Ja? Schön. Ich koch mal alles, was wir haben hier. Äh! 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 Ein Stück wie Schuppi. Hallo. Oh, hallo? Du bist ja auch da! Hallo! Du wirst es doch einpacken. Gumm, dumme. Gumm, wammer! Schneidebrett. Muffinblech. Hier ist dunkel, ich sehe nichts. Fleischmittel. Können wir deine Haare färben? Ja. Stampen. Weil ja ich in der Base. Nö, also ich brauche keine. Also benötigen will ich es nicht. So, eine Maus habe ich dir gekocht. Guck. Und eine Ratte. Wundervoll. Speck. Das dauert jetzt noch einen Moment. Hallo. Nicht mehr da. Eri weg. Tut er einfach die Lampe ablegen, der Blödmann. Ich habe überhaupt nichts gemacht, du fette Scheiß-Mutti. Was ist denn mit dem? Weiß ich nicht. Sekundär ausrüsten, du Blödmann. Unfähigste Fresse. Sekterdebrett. Soll ich den mal zerstören? Machen wir. Nö, da macht die so an und aus. Guck mal. Beinahe. Aua. Hä? Bist du denn? Halt mein Essen für den. Scheiße. Meins auch. Und du? Nicht tut. Das Spiel macht mich fertig. Tut's das? Ja. Oh oh. Ich weiß, was da hilft. Knutschen. Wir machen gleich eine Pause. Jetzt wird doch mal fertig, du blödes Essen. Meine Güte. Ich muss noch nicht wahr sein. Ich hätte doch irgendwas gefühlt, das ist eingepackt zu essen. Kuchen. Ess ich. Meins. Nimm, 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 nimm. Der gefällt dich, wenn er umgekocht, dann kocht er auch endlich mal fertig. Ne, ne Güte. Also keine Ahnung, das mit der Lampe ist gerade backy. Keine Ahnung. Wie alles. Yes. Ist das ne Scheiße, du. Sekundär. Boah. Sag immer. So. Okay. Gehen wir noch zum Auto, hm? Hey. Ich komme nicht lang. Ich will doch nur sehen, was in dem Regal ist, Mensch. Oh. Das ist ja nicht. Ich komme zum Auto. Wenn ich es finde. Hallo. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja. du hast noch eine wunde gekriegt. ich habe es nämlich schon irgendwie halb gehört wir schaffen das doch nie. ich bin einfach nur zum auto. ja ich habe gesagt wir gehen an louisville. ich habe dir gesagt du sollst so eine maus essen dann wird das alles nicht passiert. antidepressiva. scheiße, das ist doch eine medische und ich dumm bin. das auto steht gar nicht da. ach so warte mal. lampe aus. fahr mal wenigstens noch ein stück. ist das schlimm. ich habe mich jetzt guckt. hä? wo war das jetzt? jetzt kommen wir an. auf nach louisville. auf in den fluss. einfach durch die planke in fluss droht. nein. ich bin da hinten. ich bin in die verrührung. du würdest es nicht besser angekriegen. ich? ich war schon lange da. mich. jetzt wünschen meine sich retten wird doch mich. oh man plus! Boah! Das ist Giele! Wir nötigen Streichhölzer Fahrzeug auch nicht. Aber wir haben die Map nicht mehr aufgedeckt. Aber wir müssten gleich da sein. Wir merken es schon, wenn du irgendwo dagegen fährst. Kannst du laufen? Nein. Einfach so einen Tunnel durch die Häuser fahren. Ich bin bei uns aufgerissen. Einfach so ein Tunnel. Und da ist das nicht so cool. Wir müssen mit einem einigen Kugel kommen. Das ist ein Kugel. 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 Okay, wollen wir ab hier laufen? Nee. So durchkämpfen mal über die Straße. Jetzt kannst du ja rumfahren, weil wir brauchen das Auto ja dann nicht mehr. Einfach alle Zombies einsammeln. Bäm, die fette Oma. Hier, der fette Werner. Einfach mit der Fresse öff die Motorhaube geschmiert. Wo ist die so hoch? Ja, ja. Ha? Ja. Ja, Tatsache. Ich mach dann nochmal ne Biegung und dann sind wir bei dem Militär. Hier. Ist schon was los, gell? Man könnte denken, es ist die Zombie-Apokalypse. Ja, nicht so. Oh Mann, daneben. Oh Mann. Mann. Ja, wegen dem Millimeter. Komm, vor die um. Ich hätte es geschafft. Vorti mal um. Komm, wir schneiden die mal. Oh, der blöde Olaf, ja. Oh Mann. Wieso, war mein Feuerzeug schon alle? Stimmt. Oh, wieso mache ich noch... Ich habe doch sterile Stoffhütze. Bin ich dumm? Nein, du bist nicht dumm. Du bist süß. Na, ich hätte ja schon. Du bist süß. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh nein. Silented. Let's go. Thank you. So, come here. Ich bin hier. So, so gut. Mensch. Die Hand muss geil sein. Ja. Ja! Oh, oh! What's going on? Oh, oh! Oh, that makes a lot of noise for a Sirene. Uh-huh. I can't stand it this morning. Yeah, there are different things. I can't stand it. I can't stand it. I can't stand it. Auf nach Louisville! Das ist die Ordnung an die Zombies, dass wir jetzt kommen. Die Sirene. Das ist ja nur die Wahrheit. Das weh sogar Jesus. Oh! Der weiß das. Zombie! Hey, Bobby! Hey, Bobby! Ach komm, ich nehme jetzt keine Stoff jetzt mehr mit. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Das dauert bloß immer das alles zu zerreißen. So 50 Stück kann man schon einstecken, dass du wirklich 50 Terile dir mal herstellst. Da kommst du eine Weile hin. Da wohl 800 schon besser sind. Is magic too? Oh mein, du hast auch so ein Booster oder so. Da kommen wieder Zombies. Das ist's. Das ist's. Das ist's. Das ist's. Oh! Militärzumis. ich mache ja kein schaden langsamer zu aber mir kalt ist ich hab gar nicht mehr die sounds der infekte fällt mir gerade auf mich weil ich das neu installiert habe das spiel ja 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 da müssen wir das nachher noch mal installieren ist mir jetzt gerade aufgefallen ich wunderte irgendwie zonk ist komisch machen wir nachher ja und morgen militärstiefel ignorierst du erstmal naja gut dann nehme ich sie ich will weiter gucken ich spüle mal kurz ein bisschen im inventar um die schuhe weg wie lange hält denn so eine batterie und bei drehen habe ich wie viele es geht also die sind schon in fünf minuten leer sage ich mal wenn du permanent damit rumläufst vier stück habe ich noch gute nacht ist auch gleich rum ist hier drüben eigentlich auch hier ist das militärzeug da kommen wir ab aber nicht rein lass mein schatz zu ekelhafter komm ich nehme da mal ein paar mit ich will die welt bandagieren ich will einmal dass mein lebensziel die welt entwickeln deswegen wir laufen einfach hoch nach louis geht es doch schon los oder was ist denn das ey komm wir suchen jetzt schussbasen ich gucke jetzt jetzt habe ich diesmal eine taschenlampe jetzt sehe ich was ich guck die zelte jetzt durch vorsicht wo bist denn du ja 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 rüstung alles alles sag man hier auf funkgeräten gutes Bandage. Oh. Geht schon wieder los. Hier, Munition. Tarnhose, nehme ich mit. Blöd, nein. Blöde Warnung. Willkommen in Louisville. Das ist zu schlecht. Nur ungekochte, Kakerlake. Guck mal. Gibt's im Spiel? Willst du das haben? Guck mal. 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 Hallo. Wir warten mal, bis es helle ist. Oder stoppen wir hier die Aufnahme? Ja. Machen wir erstmal eine Pause, mein Schatz. Und dann... Hier habe ich nämlich schon ein Zeug gefunden. Na dann. Okay. Bis dahin ist es auch helle. Aber mit der Pause, das ist es halt, ne? Guck mal. Okay, dann machen wir hier Stopp. Und dann looten wir hier das Militärzeug und dann auf nach... Ich sag mal, ich hab nochmal gestorben. Ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal. Schnabi! Normal. Hm? Okay. Alles normal? Nee, nee. Absolut nicht. Gut. Jetzt beendet sich die Aufnahme. Das müsste mal wieder sein.